So, womit bewiesen ist, der Täter kommt immer an den Ort des Verbrechens zurück. Ich habe sie heute entdeckt, nach 40 Jahren, die Weltmeisterin von 1974. Und München hatte ich dazu gemacht, oder? Ein bisschen. Da bin ich wieder am Ort des Geschehens. Ja, ist das so schön, oder? Ist das nicht schön mit dem schönen Rathaus? Schau her. Ist das nicht toll? So, und jetzt schauen wir mal. Sogar der Regen hat aufgehört. Wenn Christine da ist, dann hört der Regen sogar auf, oder? Ja. Ist das nicht toll? Ich freue mich. Ich auch, okay. Gut, dass ich heute nicht arbeiten muss. Also, wir haben Spaß. Schau, und die Sonne kommt. Schaut her. Da, schau her. Die Sonne. Ja. Ist unglaublich. Wahnsinn. Und dann ist es nämlich ganz dunkel, wenn Sonne ist. Also, ciao nach Berlin. Tschüss. Dad.